So, hallo und herzlich willkommen zurück zu der Adventure Map, ähm, Labor am Eis. Ja, wir sind in der Komma 4 stehen geblieben und es geht auch los und ich hoffe, ich fälle nicht so wie am Ende der letzten Folge. Komma 4. Und das sind hier keine Spiele jetzt, wo es stand auf jeden Fall im Buch. Ich hab hier einen Block. Oh nee. Ganz viel Kobbel und denkt dran, nicht im Inventarquafen. Goldnugget. Was kannst du da grad bei dir machen? Ah, da oben bist du. Äh, einen Button darf man ja an... Äh, Button war... An, äh, Emerald. Was hast du unten da? Gar nix, ich hab nur Cobblestone. Cobblestone, dann schick ich dir das jetzt so runter. Ah. Aber hier ist kein... Hast du oben ne Workbench? Ja, ich hab oben ne Workbench. Dann, crafte mal bitte. Ah, nein. Ich hab... Hab hier gar keinen... Knopf. Dann such den... Hast du überall an den Pisten dran? Ja, war bei... Hast du noch einen Knopf? Ich hab nur einen Knopf gehabt. Ah, ich warte, hier kann ich rein. Musikdiscs, Goldnugget. Knopf. Wolle darf man abbauen, oder? Wolle darf man abbauen, ja. Ah, ich hab meinen Knopf gefunden. Ich hab den Knopf gefunden. Weil ich muss dir jetzt das MyCard zurückschicken. Und du musst jetzt, äh, daraus Schalter machen. Mach einen Schalter. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch nicht. Sieben, danke. Äh. Und was hat sich jetzt geöffnet? Mach mal, mach mal, äh, die zu. Welche? Wo ich jetzt stehe. Den ersten. Ja. Den, äh, den zwei weiter. Ja, sag den dritten, vierten. Den dritten. Und den letzten. Oh. Bertha. Grüß dich. Moin. Kammer fünf. Irgendwas liegt hier falsch. Oh. Kammer fünf. Ich bin blau. Ich bin blau. Entschuldigung. Genau. Millionen von Buttons. Ja? Start. Ich hab hier Start und eins bis sieben. Ich drück mal auf Start. Passiert da was? Und der hab ich. Drück mal A. A? Ich hab A nicht. Hier ist kein A. Ich hab nur Zahlen von eins bis neun. Bei mir stehen aber keine Zahlen. Passiert da was bei dir? Ja. C. Ich hab keine Zahlen. Der macht drei. Ne. Mach. Äh, zwei. Haui. Haui. Ja, 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 ja. Zu oft gedrückt. Die Anlage wird zurück. Ich hab hier Buchstaben. Oh, warte mal. Ich ste- Checkst du das? Ne, nicht wirklich. Hier steht nämlich B, äh, C, A, F. Ich komm mal zu dir. Das ist hier ein Knopf. Ja, der macht nichts. Und Timo ist da Sand rein, da, ins Loch. Und oben kommt Sand. Ja. Ja. Und ich hab hier A, B, C. A ist 1, B ist 2. Ja, hab ich ja gesagt. Dann hab ich 2 gesagt. Und 2 wurde dann eher bei I gemacht. Ja, dann musst du herausfinden, welche Zahlen... Äh, Dings. Welche Zahlen... Was für ein Buchstabe ist. Warte mal, hol mal den Stift mal. Ach, Bertha. Oh, der Dingsstift. Trink mal einen Schluck von meinem Käffchen. Was Cola ist. Ja? Ähm. Dann drück mal 1. Hab ich. Drück mal 2. Drück mal 3. Hab ich. Ist bei 3 nichts passiert? Doch. Drück mal 4. 4. Ja, drück mal 5. Äh, 5. Was brauchst du denn immer so lange? 3. Da, Buchstabe. Da oben. D. Ähm, drück mal 6. 3 Tage später. Und E. Drück mal 7. Da vorne, das ist... Drück mal 8. Drück mal 8. Hab ich. Nochmal. Drück mal 9. Bis 1 bis 9 zahlen, ne? Ja. Gut, dann drück jetzt mal, ähm. 1. Ähm. 3. 9. 5. 5. Hier musst du, äh, nach 5 musst du dann sofort, äh, 6 drücken. Also 5, 6 6, genau Jetzt Hallo Hä, hä Wieso der Sand da Mal 4 Das ist doch Da 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 muss er Ah, äh Hier Acht Äh Fünf Nee Vier Was? Vier Wie? Vier Ihr Vier Was? Nicht vier, vier Vier Genau Ähm Sieben Sieben Seven Und Five Zwei 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 Zwei, ja oder nein? Zwei Hä, du sagst doch voll undeutlich Warum hast du nicht einfach ja gesagt? Ja Ich sag zwei Ich so ja oder nein Und du sagst irgendwas anderes So Komma 6 Das kannst du jetzt mal vorlesen Das Leben kann auch ganz entsprechend sein oder nicht? Entsprechend Entsprechend? Trotma Anzahl Entspannt? Entsprechend, ja entspannt Schau rum Entspannt Druckhalle finden Ab Ne Goldnugget Oh Ab Ab Heiwild Hast du schon? Ja Mal ran Oh Eng hier Halt denn Das nächste Buch kannst du auch mal leben Boah ey Du hast mein Spawnpunkt gesetzt ne? Immer wenn ich nachdenken muss setz ich mich auf mein Sofa und schaue aus dem Fenster Dein Spawnpunkt? Auf. Komm an 7. Wie viele kann man Gips hier denn? Ich bin blau, hier. Okay. Ganz viele Buttons. Ja, ich hab die Goldnugget. Das ist deine Aufgabe. Clip mal was. Clip mal alle Schalter durch. Ari? Hä? Code-Eingabe. Ah, Code-Eingabe. Das kapier ich jetzt nicht. Ähm. Ist hier irgendwo ein Code? Ah. Hä? Hä? Ich hätte gedacht, irgendwie die Kürbisse zählen. Denn da... Kann ich sein, weil viel sehr wack. Hier Kürbisse. Nice. Ich brauch sonst keinen Hinweis. Komma 7. ... Das ist jetzt irgendwie... ... zu hoch für mich. Wenn ich nachdenken muss. Wenn ich nachdenken muss, setze ich mich auf mein Sofa... ... und schaue aus dem Fenster. Ja. Woher hast du das? Oh, ich hab mal 7. Ja. ... ... Drück mal die 6. 6. Hä? So viele Bäume wieder sind. Komma 8. Manchmal ist Laufen langweilig. Dann nehme ich... ... diesen Weg. Nehme ich, ne? Ja. Erst... ... einsteigen, dann Knopf drücken. Tschüss. Oha. Hm. Ich brenne. Geil. Ja auch. Die hab ich gesehen, alter. Die haben wir... ... äh. Komma 9. Goldnugget rein. Borenpunkt. Komma. 9 sind wir jetzt. Komma 9. Wohin was zu essen langsam. Irgendwas... ... ist letzte Nacht kaputt gegangen. Und ich weiß nicht mehr was. Dick. Stick. Dick. So... Ein Stick hab ich bei mir drin. Was war bei... Ja, ich brauch was zu essen. Ich kann nicht mehr sprinten. Was war bei dir drin? auch ein stick. also haben wir zwei sticks. jumpin one bei mir. bei dir? ja bei mir sind einfach so glasscheiben. heavy. ja tief bei dir alter. bei mir geht das auch. bei dir ist es auch ein jumpin one. oder? ja ich spring mal runter da. ich bin fast tot alter. gold nacken. und ne. jetzt brauche ich was von dir. warte. ich sterb hier sowieso. wieso? weil ich nicht mehr springen kann. ich habe dir doch brot gegeben. ja ein brot hat dir nicht mehr geholfen. ja hätte es auch sagen können. ein cobblestone. hast du? dann werfen wir einen cobblestone runter. ne ich muss. ah hier ist kein backpunk. ich muss eh hören. nein. nein. bin wieder ganz unten. was? kommst du da nicht mehr hoch? wenn ich nichts zu essen bekommen? ja. warte. jetzt auch. nein. auch ein cobblestone. das ist okay. aber wir sollen eh auf. easy. easy oder peaceful. keine ahnung. auf gottlöcker kann man einen hebel setzen, ne? darf man, ne? ja. hab ich gemacht. ja. komm hier grad nicht hoch. ich glaub du hast für mich jetzt irgendwas aktiviert. boah. komm hier einfach nicht hoch. machen wir mal schon mal einen hebel. ah der muss nach oben. warum sprintet der denn nicht? na. ist deine aufgabe. komm fick dich. na. disco hühnchen. nein. 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 oh. ja. diese folge nehmen wir, äh, gerade im abschluss auf, von der anderen folge. die erstgekommen ist, auch auf beiden kanälen. es steht kein ich will das schaffen. ah. ich bin oben. und die erste folge ist bei mir noch mal verlinkt ja nice one muss ich hin hä wo ist denn hin kann man neuen geöffnet ja aber was ist unten hä klappt nicht was muss man wieder hoch oder was dann ganz nach oben oder was machst du jetzt bei mir eigentlich weil ich gehe schon weg oder wacca für dich bei mir ist nichts offen kann man neuen ausgang geöffnet hier ist nichts geöffnet bei mir hier bei mir unten äh in mitte der remite ah danke weiblich hmmm rein in der kloake hmmm ne das redet ich gleich aus essen leist mal kommann 9 äh 10 meinte ich Einfache Weg ist immer der richtige Weg. Komm mal 10. Ööö. Oh nee. Warte. Warte mal. Bevor... Wo ist denn das Minecraft? Hier. Äh, äh. Da ist was drin. Hier? Warten. Was ist denn das denn? Und das muss hier raus, oder wie? Ja, und dann muss es ja... Da lang. Dann geht es hier lang. Da lang. Da. Hä? Irgendwas kaputt. Irgendwas kaputt. Warum? Du nicht. Also. Der Weg ist es nicht. Ah. Ah. Ein halbes Herz habe ich nur. Spaß. Komm mal, Lieben. Nur Kamera. Wie Kamer sind wir jetzt? 10. Äh, äh. Warum habe ich einen Button? Weil du den rausgenommen hast. Okay, ich hoffe, das sollte man. Du hast immer... Hallo? Du hast... Aller... Ja, gib. ...gefunden. Was? Ach, nichts kaputt. Nochmal bitte. Ich muss gefunden. So nichts kaputt machen. Du hast mein Allerheiligstes gefunden. Mach nichts kaputt. Oh ne, da müssen wir... Brown. Braun. So, Water Bottles. Glas Bottles. Mehr nicht. Wasser und Glas. Ja, ich habe schon eingesammelt. Ja, und was sind das andere? Neterberg. Äh, goldene Korte. Warte. Darf man... Was ist hier rausnehmen? Mach nichts kaputt. Ah, mach nichts kaputt. Stimmt. Ah! Geh mal rein, ne? Äh. Genau. Ich habe ein paar paar Fisch und Sticks. Eröffnet sich, wenn ich auf der Tür gehe, bei dir da irgendwas? Hörst und sehe auch nichts. Hm. Hätte ich hier auch wieder aufmachen können. Eine Wolle, ne? Ne. Ne. Oh, mach ich ein Cartagel-Pack, Mann. Hey, was hast denn alles in deinem Inventar jetzt? Oh, ich gebe dir mal alles. Ja, aber auch wenn wir hier jetzt was brauen, ne? Was bringt denn uns das? Brauchen wir jetzt zum Fackel. Ja. Da muss auch noch was hin, da muss auch noch eine Wolle zum Fackel hin. Ist auch kein... Mach mal, komm mal her. Oder warte, ich bin alleine. Ne, mach mal oben die Tür auf. Wieso das? Wir müssen uns gucken. Okay. Guck mal. Guck mal. Denk mal, dass da oben was im Baum drin ist. Denk ich mal. Öffne mal die Tür für mich. Da hab ich auch schon reingekommen. Hm. Hier komm ich grad nicht mit. Aber warum sind hier so Dorfeinwohnern so? Weiß ich nicht, kannst ja nix anklicken. Denk mal, da sind nämlich zwei. Zwei Pilzkühe, zwei Schafe und irgendwie sieben... Acht. Bestimmt voll easy, wir sind nur zu blöd dafür. Ja. Auch Braun, was soll uns Braun jetzt helfen? Was baust du grad ab? Wie bist du da reingekommen? Warum hast du das zugemacht? Hallo. Ja, hier, hier, hier. Wollte mal gucken, ob du das auch noch findest. Luft, weil da unten ist noch mehr. Warte, ich geh mal hier hoch. Ah. Ah. Das war voll gut getarnt, Alter. Ist so. Das kann ich nicht abbauen. Oh. Aua. Oh, geil. Oh, Schaden. Ah. Ich weiß, was wir machen sollen. Na? Ja. Wir sollen uns, äh, ne Water Potion, also so ne Potion basteln, die... Ähm, und Wasser ab, nun. Und wie geht die? Äh, leg einfach mal Wasser, äh, die Bottles rein. Ja, weißt du hundertprozentig, wie die geht? Nämlich wirklich, aber ein bisschen nur. Ja, also. Ja, leg mal die Bottles rein. Dann guck ich lieber nach. Ähm. Aufmerksamkeit ist aber vorbei, ne? Drei Minuten noch. Fast drei Minuten. Drei Minuten. Ist doch egal. Kann auch überziehen. Okay. Wollten eigentlich eine halbe Stunde aufnehmen. Und... Wagen wir doch länger. Das will ich noch machen, das braun hier. Sagen... was ist ein neta weg und äh noch papper fisch und goldene karotte neta weg goldene karotte sehr fisch trankte unter wasser ab nun gut sowieso dann höf dich zu drehen dann kommst du da rein sag ich ja und dann kloster haben wir gar nicht was hast du noch mal goldene karotte und der fisch andersrum aber jetzt andersrum machst du dann siehst du es auch gar nicht gebraut doch ja denn aber nur effekt denn hier macht ihr mal das gleiche 23 und auch nur drei haus ja wer weiß wie viele wir brauchen so ich habe meine obwohl die gehen drei minuten ich mache einfach und dann würde ich sagen wollen goldene korte für was brauchst du eine goldene korte braucht man ja gar nicht nein dann würde ich sagen wie wir da runter gehen das sehen wir seht ihr in der nächsten folge bis zur nächsten folge ciao